Ohnmächtige Wut in der Türkei, Proteste aus aller Welt, Pressefreiheit scheint ein Fremdwort für Staatspräsident Erdogan, der durchgreift, wie er will. Istanbuler Gerichtshof vor elf Tagen. Chefredakteur Can Dündar und sein Kollege Erdem Gül sind angeklagt wegen Spionage. Wir sind heute hier, um den Journalismus und das Recht der Menschen auf Information zu verteidigen. Wir sind hier, um die Wahrheit zu verteidigen, wenn der Staat lügt. Wir sind hier, um zu sagen, dass eine Regierung sich in keine illegalen Geschäfte verwickeln darf. Kurz darauf entscheidet der Richter Inhaftierung. Dies sind die letzten Bilder von Can Dündar. Seitdem befinden sich die Journalisten in U-Haft. Was ist der Grund? Schon im Januar 2014 wurden drei Lkw nahe der syrisch-türkischen Grenze angehalten. Beladen angeblich mit Babynahrung für Kriegsopfer. Wie zynisch. Denn bei der Durchsuchung entdeckten Sicherheitskräfte Kriegsmaterial für Islamisten. Hunderte von Raketen und Granaten. Die Begleiter der Fracht, die festgenommen wurden, waren nicht irgendwelche Leute, sondern türkische Geheimdienstler. Präsident Erdogan wollte die Macht nicht teilen. Er hat sich Feinde gemacht, indem er alte Weggefährten abservierte. Die haben das Filmmaterial vom Waffentransport allen Medien zugespielt und wollten so einen Gegenangriff auf Erdogan starten. Aber nur die Tageszeitung Chumhuryet war so mutig, dieser Story nachzugehen, ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und sie zu veröffentlichen. Alle anderen Medien bekamen es mit der Angst zu tun. Damals machte Can Dündar die Story des Waffentransports zur Chefsache. Tagelang berichtete er über den Inhalt der Ladung und brachte viele Details ans Tageslicht. Inzwischen sitzen nicht nur er, sondern auch jene Sicherheitskräfte und Staatsanwälte in Haft, die die Kontrolle der Lkw angeordnet und durchgeführt hatten, wegen Spionage. Erdogan höchstpersönlich tritt als Kläger auf und drohte in einer Live-Sendung des Stadens. Der Journalist, der die Story mit den Lkw veröffentlicht hat, wird dafür schwer büßen. Ich lasse ihn damit nicht davonkommen. Seit der Inhaftierung von Can Dündar solidarisieren sich immer mehr Menschen mit der Tageszeitung Chumhuryet und fordern die Freilassung der Journalisten. Es ist ein Skandal, dass der Präsident des Landes hier als Mitkläger auftritt. Es gibt einen Gesetzesartikel, der das verbietet. Er besagt, dass niemand der Justiz Anweisungen nicht einmal Ratschläge erteilen darf. Der Präsident hat aber gesagt, Dündar wird zur Rechenschaft gezogen. Somit hat er den Richtern und Staatsanwälten schon die Richtung vorgegeben. Das ist aber ein weiteres Zeichen dafür, dass das Land leider ganz schlimmen Zeiten entgegen geht. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt die Türkei momentan auf Platz 149 hinter Malaysia und Mexiko. Unglaublich. Gegen viele Journalisten erstattet Präsident Erdogan persönlich Anzeige. Heute war ich als parlamentarischer Beobachter in der Verhandlung gegen die Tageszeitung Birgün im zweiten Stock des Gerichts. Im dritten wurde gleichzeitig gegen den Journalisten Gülsevin wegen Beleidigung des Präsidenten verhandelt. Im vierten Stock gegen den Journalisten Bagdad, auch wegen Beleidigung. Und im fünften gegen den Schriftsteller Mustafa Hoş, ebenfalls angezeigt von Erdogan. Internationale Menschenrechtler beobachten die Abschaffung der Pressefreiheit in der Türkei mit großer Sorge. Journalistenverbände fordern die sofortige Freilassung von Dündar und weiteren Journalisten, die alle wegen Spionage, Terrorverdacht und Beleidigung des Präsidenten einsetzen. Wenn die türkische Regierung Journalisten inhaftiert, die über staatliche Waffenlieferungen an islamistische Gruppen in Nordsyrien berichten, dann bedeutet es, dass der Staat hier etwas zu verstecken hat. Auch diese Bilder sind in türkischen Medien nicht zu sehen. Auf der syrischen Seite IS-Kämpfer in angeregter Unterhaltung mit türkischen Soldaten am Grenzübergang. Wenige hundert Meter weiter passieren Jugendliche von der türkischen Seite aus ungestört die Grenze Richtung Syrien. Auf den Pissen vieler gefangengenommener Islamisten sieht man, die meisten von ihnen haben den Weg nach Syrien über türkische Flughäfen genommen. Der Abgeordnete von der Oppositionspartei JHP, Eren Erdem, hat mehrere Dossiers über den sogenannten Islamischen Staat und dessen Beziehung zur Türkei erarbeitet. Seine Entdeckungen sind alarmierend. Eindeutiger geht es nicht. Ein Journalist muss ins Gefängnis, weil er seine Arbeit macht. Aber einen Islamisten, der auf Abhörprotokollen sogar ein Selbstmordattentat auf einer Friedensdemo der Opposition ankündigt, den lässt man machen. Dann sagte unser Ministerpräsident, solange er sich nicht in die Luft gesprengt hätte, sei er ja unschuldig gewesen. Hier sehen wir, dass der Staat gegenüber dem IS sehr tolerant ist, ihn sogar beschützt.